So, hallo und herzlich willkommen. Heute zur Vorstellung vom nächsten Let's Play, was wir machen werden, also Let's Play Together. Und zwar geht es um GTA 5, was auch sonst. Ich habe mich gerade schon durch den Pronolog durchgekämpft und habe mir meinen Charakter erstellt und bin jetzt gerade die erste Schritte im Online-Modus unterwegs. Und es sieht Hammer aus. Ich bin so was von gespannt, das dann mit dem Dennis und dem Mike mal anzuzocken. Und wir werden eh irgendwelche Scheiße machen. So, ich will euch eben mal meinen Charakter zeigen. Den habe ich extrem cool hinbekommen. So, was sagt ihr zu ihm? Ich feiere ihn. Sieht übertrieben cool aus. Ja, whatever. So, ich werde jetzt mal gucken, was man hier so machen kann. Okay, ich muss dann ein bisschen üben. Okay, so kommt es, braucht er nicht rumlaufen. Ja, auf jeden Fall. Zockt ihr es auch schon bereits? Oder was ist euer erster Eindruck von GTA? Ich will jetzt auch das Video gar nicht so lange machen. Ich will, wie gesagt, das hauptsächlich mit Dennis und Mike dann zusammen zocken. Ah, ich hoffe, die Musik und alles passt. Ein bisschen Musik muss auf jeden Fall an sein. Handling und alles, von der Steuerung her, ist halt gewöhnungsbedürftig. Ich bin ja jetzt noch nicht so ein GTA-Veteran. Von dem her, was haben wir uns hier eigentlich für ein Auto geholt? Von den schnieken Razor. Ja, die Gewöhnung, an die Steuerung muss ich mich auf jeden Fall erstmal ein bisschen gewöhnen. Und auch ein bisschen so in das Spiel reinfassen. Äh, äh, rein. Oh, ey, bleib da, bleib da. Rein, gewöhnen, hey, bleib da. Ey, Alter. Wie konnte ich jetzt nochmal meine Waffe? So ein Penner, der haut hier einfach mit meiner Kiste ab. Oh, der gefällt mir auch. Bleib stehen. Alter, wie krass sind die denn drauf, Mann? Die sollen mir die Kiste geben. Die sind ja ganz schön, ganz schön hart drauf hier. Ich weiß es nicht. Wäre ich vielleicht auch, wenn ich an die Kiste wollen würde. Ich kann mir irgendwie die Reifen kaputt schießen. Okay, ich muss hier noch ein bisschen üben. Das merkt ihr wahrscheinlich auch schon. Habe ich auch gerade schon gesagt. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall drauf. Jetzt, du, du bleibst schön. Ey, nicht wegfahren. So, den habe ich. Jetzt kann ich mir mein neues Auto rauslassen. Oh mein Gott. So. Ja, wie gesagt, das wird jetzt hier nur eine kurze Einleitung sein. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. So, wo ist jetzt eigentlich die Polizisten hier? Sie wollten mich doch gerade da vorne sind. Sie wollten mich ja gerade hier abholen. Hallo? Ach da. So, gucken wir gleich mal, was die so am Start haben. Hey, was geht ab? Ich gehe wieder ins Auto. Oh, ist jetzt aber nicht meine Munition leer, oder? Hallo? Oh, okay. Ich kann die boxen. Ich kann die boxen. Okay, ich kann sie doch nicht boxen. Okay. Jo, das war's auf jeden Fall. Das Einleitungsvideo. Ich lebe ja bereits schon wieder. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.